und wir hoffen auch dass jetzt Distance Project uns das Feuer leitet und wir freuen uns jetzt auf Distance Project ein Live-Set. Wie lange wird es dauern ungefähr? 50 Minuten. 50 Minuten, eine Stunde vielleicht, mit ein bisschen nach einer Aufgabe. Wir werden sehen auf Radio B138 und gleich nach dem Gini geht's los. Wir werden sehen auf Radio B138 und gleich nach dem Gini geht's los. Wir werden sehen auf Radio B138 und gleich nach dem Gini geht's los. Wir werden sehen auf Radio B138 und gleich nachdem Gini geht's los.